Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich einen besonderen Gast mit dabei, der mir jetzt da gegenüber sitzt, nämlich den lieben Jonas. Der hat sich die Zeit genommen, mit mir heute so ein bisschen zu quatschen. Danke vielmals dafür. Und genau, er wird auf die ein oder andere Frage eingehen, die ich so ein bisschen vorbereitet habe. Aber wir werden auch ein bisschen locker einfach über das ein oder andere Thema sprechen, weil ich einfach glaube, dass unsere beiden Communities voneinander sehr profitieren können. Und ich auch weiß, dass der ein oder andere den Jonas schon kennt, vor allem wenn es um das Thema Webflow geht, beziehungsweise alles drumherum und auch zum Thema Webdesign. Genau, und dazu würde ich dich jetzt mal kurz bitten, dass du vielleicht ganz kurz so ein kurzes Intro gibst, woher du gekommen bist vom eigentlichen Beruf, beziehungsweise ob du das schon immer gemacht hast, wie du es jetzt machst. Genau, und wie denn vielleicht dein heutiger Alltag so aussieht als Designer oder Webdesigner. Genau. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, auch hier auf deinem Channel mal ein bisschen Hallo zu sagen. Also viele, ja, kennen mich wahrscheinlich jetzt mittlerweile doch so ein bisschen aus dem Webdesign-Bereich, was eher das Schulisch angeht. Also ich habe mittlerweile, sage ich mal, wie eine Online-Schule, wo ich einfach, die es interessiert, das Webdesign-Tool Webflow näher beibringe. Das ist so ein bisschen mein Hauptfokus eigentlich jetzt auf meinem Channel. Und jetzt merke ich, dass ich immer mehr auch breiter gefächert da auch verschiedene Webdesign-Themen mit einfließen lasse. Also es nicht nur Tutorials gibt, aber das ist schon so primär das, was es bei mir auf dem YouTube-Channel gibt. Aber ja, die letzten zehn, zwölf Jahre arbeite ich schon selbstständig jetzt, auch als Webdesigner, habe primär auch für Kunden gearbeitet. Und, sage ich mal, in diese ganze Content-Produktion und so bin ich so 2015 reingekommen. Da habe ich einfach mit dem Blog angefangen. Dann kam ein Podcast dazu, zwei Jahre später. Und dann ist es irgendwann so ein bisschen in Videoproduktionen übergegangen und habe da einfach gemerkt, dass sehr viel auch so eine Community gebildet wurde, einfach auch im deutschen Raum. Und ja, da habe ich einfach versucht, mein Wissen so ein bisschen zu zeigen, auch was ich so gelernt habe in den letzten Jahren. Und mittlerweile ziemlich gefestigt halt auf das Tool Webflow, einfach weil ich da auch meinen Kurs dazu gebaut habe und das einfach, ich gemerkt habe, da gibt es einfach sehr wenig Material da draußen jetzt im deutschsprachigen Raum. Und dann finde ich es immer ganz gut, sich so eine Nische irgendwie zu schnappen und zu versuchen, da so ein bisschen das zu dominieren. Und von da an geht es dann irgendwie weiter. Das war bei mir ja auch ähnlich. Finde ich spannend. Hast du also irgendwie eine Ausbildung gemacht, also in dem Bereich Design? Oder, weil das ist ja nochmal die Spur davor, zu dieser Frage, wie du zu Webflow gekommen bist, ich glaube, das wäre dann die Folgefrage darauf. Weil das finde ich super spannend, weil man merkt ja schon stark bei den Inhalten, dass du sehr gezielt und in die Tiefe gehst, was so auf einer höheren Ebene dieses Design-Thema und auch natürlich dann Webdesign im Speziellen betrifft. Hast du davor, also was hast du vielleicht vor Webflow genutzt und wie bist du zu Webflow gekommen? Und vielleicht dann auch noch die Frage davor, hast du genau eine Ausbildung darin gemacht oder bist du da so Learning by Doing reingestolpert und genau hast du es dann umgesetzt? Ja, also ich würde schon sagen, mein Background und auch der Fokus war die ganzen Jahre schon immer mehr auf Design als auf jetzt irgendwie Programmierung oder sowas. Also alles, was die technische Umsetzung angeht, habe ich mir tatsächlich selbst beigebracht. Auch meine Ausbildung, die ich damals gemacht habe, als ich nach Hamburg gekommen bin, war es einfach so, dass ich auch bei einem, einfach von, da wusste ich damals schon, dass ich eigentlich das selbstständig mal machen möchte, ja. Und habe dann gesagt, gut, ich muss es irgendwie auch einmal von wirklichen Profis irgendwie lernen und habe dann gesagt, gut, frage ich einfach mal bei der besten Werbeagentur damals, das war Jung von Matt, da habe ich einfach mal gefragt, ob ich da eine Ausbildung machen kann oder die hatten da gerade eine Stelle frei und das war auch im digitalen Bereich. Und dann wusste ich, okay, wenn ich da bin, da sind auf jeden Fall wirkliche Profis und da kann ich enorm viel mitnehmen. Und das habe ich dann auch mit einer, ja, einfach, die ging nicht drei Jahre, die war verkürzt, die Ausbildung, habe ich dann in zwei Jahren gemacht und bin danach sozusagen selbstständig gewesen und habe da aber enorm viel einfach beigebracht bekommen, was das Designhandwerk auch angeht. Und da hat es dann auch so angefangen, dass ich schon auch von kleineren Kunden her, meistens ist es da sehr schwierig, sage ich mal, nur das Design als Auftrag zu bekommen. Ja, die wollen, wenn du jetzt irgendwie für einen Laden um die Ecke oder sowas eine Website machst, dann gehen die davon aus, dass du irgendwie denen halt einfach am Ende die fertige Website liefern kannst. Und da habe ich mich dann schon selbst ein bisschen mit befasst, auch mal mit einem anderen CMS und sowas zu arbeiten und bin da irgendwie schnell an so ein Limit gekommen, dass ich halt einfach gemerkt habe, dass meine Designfähigkeiten hier das übersteigen, was ich selbst umsetzen kann und habe sozusagen ab dem Level auch immer mehr so ein bisschen als Freelancer gearbeitet. Das heißt auch mal für Agenturen oder für, sage ich mal, ein Netzwerk an Freelancern, wo es irgendwie jemand gab, der größere Aufträge reingebracht hat und dann habe ich da eben geholfen. Dann war schon ein bisschen mehr UI, UX-Design und habe das mit der Programmierung so ein bisschen, ich hatte immer so ein technisches Verständnis und das war auch gut, aber ich konnte nie irgendwie JavaScript schreiben und ich habe dann auch irgendwann aufgehört, die Sachen selbst zu coden oder sowas, aber hat trotzdem, wenn jemand ein Programmierer mit mir gesprochen hat oder was von mir umgesetzt hat, konnte ich ihn total verstehen und wusste, was er meint und so, also die Fachbegriffe und so waren mir einfach schon dann bekannt und das hat mir, glaube ich, enorm immer geholfen in den letzten Jahren und ja, habe dann mehr als Designer quasi gearbeitet und das mit dem Programmieren so ein bisschen gelassen und habe dann hier und da nebenbei schon komplette Webseiten eigentlich umgesetzt, aber meistens die letzten, sage ich mal jetzt, ich habe ja 2018 so wieder mit Webflow angefangen, davor so wirklich drei, vier Jahre wirklich nur Designer und UI, UX-Designer und bin dann eben mit dem Tool Webflow einfach wieder in die Schiene jetzt gerutscht, dass man eigentlich sagen könnte, ja, ein bisschen mehr eigentlich wieder in der Umsetzung, also heutzutage mache ich wirklich lieber eigentlich wieder die Umsetzung als das Design an sich und habe jetzt auch selbst, wenn ich mal irgendwie mit einem größeren Auftrag bekomme, dann mache ich zum Teil eigentlich gar nicht das Design mehr, dann habe ich auch gute Designer bei mir, die ich aus dem Netzwerk quasi hole, die mir dann helfen und ich mache einfach nur die Umsetzung. Ah, sehr cool. Ja, ich meine, es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man vor allem alleine ist oder vielleicht eben nur ein gutes Netzwerk hat, wie weit halt dieser Prozess oder auch dieser Webdesign-Prozess, wo nimmt man halt wen mit rein und es ist irgendwie einerseits sehr verlockend immer, finde ich, von dem Prozess von Anfang bis Ende als alleinige Person auch durchzugehen, weil dadurch hat man so diese vollkommene Kontrolle und kann das irgendwie auch, wenn man es dann technisch auch umsetzt, irgendwie alles schon so vorbereiten, dass das Design nicht zu weit entfernt davon ist, dass das technisch wieder Probleme macht. Also das ist irgendwie, finde ich, immer das Verlockernde und Coole daran. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch super, wenn man vielleicht mal kreativ einen Engpass hat oder so, das Design geliefert bekommt und dann umsetzt. Okay, das heißt aber, dadurch hast du dann wahrscheinlich 2018, einfach weil dir das, sag ich mal, also zumindest die HTML und CSS diese Themen wahrscheinlich sehr nahegelegen sind, hast du wahrscheinlich zu Webflow gefunden, weil das ja das aus meiner Sicht auch Nächste ist, was man so findet, wo man halt auch wirklich mit Div-Containern etc. arbeitet, was bei WordPress ja oftmals, bei Elemente etc. ein bisschen anders genannt wird. Das verstehen dann viele auch vielleicht nicht in dem Sinne oder sie denken in Spalten. Ist das dann sozusagen dein Weg gewesen, wie du zu Webflow gekommen bist, weil du gesagt hast, ich möchte irgendwas haben, das das Nächste ist an der Umsetzung, die ich dann machen möchte, aber auch eben, genau, um das designtechnisch selber umzusetzen. Zu der Zeit, das weiß ich auch noch genau, da war es einfach so, dass ich eigentlich wirklich nur als Designer gearbeitet hatte und dann kam halt wieder so eine Empfehlung von einem Kollegen von mir, so hey, hast du nicht Lust, ich arbeite hier in so einem Unternehmen und auch ein bisschen kleiner und wir brauchen irgendwie eine Website und da sagt man auch ungern immer irgendwie alles ab, gerade wenn es immer gute Freunde sind oder so und Empfehlungen sind eigentlich eh für neue Website-Aufträge immer sehr, sehr gut. Also da hast du meistens, ohne dass du irgendwie Großangebote schreiben musst oder sowas, hast du den Auftrag meistens in der Tasche und da habe ich halt gesagt, okay, eigentlich von der Größe her und so, ja, wollte ich jetzt einfach nicht wieder. Damals hatte ich auch, also ganz wirklich, als ich das selbst noch immer umgesetzt hatte, hatte ich mit Contao und sowas viel gemacht, da hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf, irgendwie solche Sachen zu verwenden und das war einfach so ein Zufall, dass ich gesagt habe, okay, der Auftrag passt ganz gut, lass, ich probiere es einfach mal aus und bin dann zum ersten Mal, habe ich halt den Webflow eingesetzt bei einem Kundenauftrag, ohne dass der jetzt auch wusste, dass ich das davor nie eingesetzt hatte oder irgendwas, interessiert eigentlich den Kunden dann am Ende eh nicht. Der war dann happy, dass er das am Ende über seinen Editor so einfach alles bearbeiten konnte, was auf der Website ist und habe das da gemerkt, okay, cool, also bin enorm schnell zum Ziel gekommen. Ich hatte mir gar nicht, also was mich immer extrem gestört hat, ist, wenn ich auch nur als Designer gearbeitet habe, wie viel ich den Programmierern erklären musste, wie die meine Layouts umsetzen und da habe ich schon immer gemerkt, dass das war so die einzige Hürde, die ich richtig ätzend, ehrlich gesagt, auch fand. Ich habe dann zum Teil auch so bei Online-Shops echt für tolle Kunden Layouts gemacht und musste dann irgendwie mit Agenturen aus Polen oder aus dem Ausland irgendwie arbeiten und dann erklärst du denen Sachen und sowas und es ist einfach nicht so geworden, wie mein Design irgendwie war und für mich war das oft so, dass ich so an dem Kunden auch so drinnen war, dass ich wirklich alles geben wollte, dass der erfolgreich wird. Und dann hat mich das immer enorm gestört und da habe ich halt sofort gemerkt, so krass, was für ein Teil eigentlich wegfällt von so einem Auftrag, der ja trotzdem bezahlt wird. Aber ich habe schon immer eigentlich nie nach Zeit gearbeitet, außer wenn ich wirklich als Freelancer quasi Aufträge bekommen habe, wo ich einfach nach Stunden oder nach Tagen eher abgerechnet habe. Aber sonst, wenn ich eigene Aufträge hatte, war das immer eine pauschale Projektgebühr. Es gab einen Preis und das hat das Projekt gekostet. Und dann war es für mich natürlich sehr attraktiv zu sagen, gut, es fällt quasi diese ganze Part an den Programmierer, was zu übergeben, fällt weg und ich kann direkt auch im Design nur die Desktop-Version zum Beispiel vor Layouten, dem Kunden präsentieren. Wir stimmen bestimmte Sachen ab. Ich muss nichts responsive machen. Ich habe das immer direkt in Webflow dann machen können. Also die Prozesse enorm beschleunigt. Und das hat mir zum einen gefallen und zum anderen waren das sofort einfach, wie ich Animationen umsetzen konnte. Das war schon immer genau der Grund, warum ich das gelassen habe mit der Programmierung, weil ich kein JavaScript konnte und da nie was irgendwie dahingehend gelernt hatte. Und da konnte ich in bestimmten Situationen einfach nicht, ich habe gemerkt, dass die Webdesign-Branche allgemein ein bisschen mehr in diese Bewegung eben reingeht. Das ist was Besonderes ist, wenn auf der Webseite sich auch was tut und während dem Scrollen und so weiter. Und weil ich das nicht konnte, habe ich das quasi erst, habe ich irgendwie damals auch nicht gelernt oder habe halt einfach dann mehr im Design gearbeitet. Aber mit Webflow wurde mir das sozusagen wieder sehr vereinfacht, weil im Prinzip dieser ganze Code für mich geschrieben wurde. Und da hatte ich auf einen Schlag quasi eine enorm große Fähigkeit, mehr Kunden anzubieten und zwar genau aus der Sicht von dem Designer. Also wenn du schon schwierig findest, dein eigenes Layout dem Programmierer zu übergeben, was extrem schwierig ist, ist deine Gedanken zu Animationen und Scroll-Animationen dem Programmierer zu übergeben. Da sitzt du zum Teil tagelang eins zu eins nebeneinander und das muss alles der Kunde zahlen. Und wenn du da nicht einen Partner hast, der, sage ich mal, wirklich dich kennt und weiß, wie du tickst und wie du Layouts aufbaust und dann redest du drüber und der versteht dich sofort, dann ist das sauschwer. Also das habe ich einfach gemerkt. Das ist ja generell immer so eine Stelle im Prozess, die finde ich auch immer extrem schwierig, weil ich ja auch oftmals ein Design von einer Kreativagentur bekomme und der Kunde sagt, ja grundsätzlich ist es ihm, es soll generell von der Designsprache circa hinkommen. Aber trotzdem, also ich kenne auch dieses Gefühl, das was du vorhin angesprochen hast, dieses Mal möchte er es ja trotzdem optimal umsetzen. So, das heißt, diese Gedanken von einem Designer oder einer Designerin oder auch einem Studio, völlig egal, was es dann ist, möchte ja auch im optimalsten Fall umgesetzt werden. Aber da kommen halt so viele Aspekte mit rein und wie du sagst, also in der Kommunikation, da geht dann so viele Stunden unter, die der Kunde eigentlich ja, also es eigentlich zahlt, aber es passiert eigentlich in der Zeit nichts, außer dass man versucht, das hinzubekommen. Das finde ich schon spannend. Ja, das auch vielleicht auch für die Community oder für alle, die dann zuhören, auch aus meiner Perspektive und als WordPressler sozusagen, ist ja, dass die Animationen, das ist etwas, was bei WordPress ein bisschen untergeht und da kommt dann oftmals eben ein Development-Part mit rein, also nochmal wirklich so, dass man was coden muss und gerade wenn es um JavaScript-Themen geht, also das ist wirklich oftmals tatsächlich auch wirklich unangenehm in WordPress, also wenn man das integrieren möchte und da gibt es wenig, dass man das wie bei Webflow als einzelne Person machen kann, wenn man davon keine Ahnung hat, dann muss man jemanden in die Hand nehmen oder sich auf das Plugin verlassen oder das, was man installiert hat und das, was da drin ist und das sind dann klassisch so Fade-In, Fade-Out-Animationen und das war's, aber die kann man jetzt nicht großartig bauen. Da wird es zwar auch besser, aber da ist Webflow immer, und das sage ich auch jedem, also wenn man ein sehr starkes Design-Auge hat und oftmals spricht man von pixelperfekten Design und sonstigen, dann empfehle ich auch oftmals eigentlich Webflow, das von Anfang an zu lernen, weil ich dann sage, dass man damit wahrscheinlich im, also Long-Term einfach glücklicher ist. Ja, wobei, wie siehst du das, findest du, weil ich habe immer das Gefühl, es gibt natürlich für die verschiedensten Projekte verschiedene Voraussetzungen, machst du das wahrscheinlich bei deinen Kunden oder wie gehst du da auch voran, lehnst du Projekte ab, wo du einfach siehst, da wäre ein anderes System besser, also wir wissen ja, im E-Commerce-Bereich ist das ja mittlerweile sehr stark geworden, dass man sagt, okay, Shopify ist da der Platzhirsch für E-Commerce-Lösungen, wenn es um kleinere Shop geht, die dann vielleicht sich aufbauen, obwohl es noch hundert andere Shop-Systeme gibt. Wie gehst du da vor bei Kunden, wenn du eine Anfrage bekommst, also hast du da auch klare, also oder in deinem Netzwerk vielleicht auch Leute, die nur WordPress dann machen oder nur Development und etc.? Also ich bin da ein großer Freund von schon im Voraus, wirklich große Filter zu setzen, dass das wirklich den Kunden auch, den potenziellen Kunden wirklich klar ist, weil das habe ich gemerkt, einfach seitdem ich Content produziere, dass, als ich das noch nicht hatte und quasi allen möglichen potenziellen Kunden die Tür offen gehalten habe und sage, ihr könnt mir alle Anfragen stellen, war das total viel Arbeit, eigentlich immer Aufträge abzusagen und da hatte ich irgendwann auch gar keine Lust mehr zu und ich weiß, das ist ein, manche würden sich freuen, wenn sie viele Anfragen kriegen, aber für mich war es einfach nur Arbeit, weil da ganz viel dabei war, das hat mich gar nicht interessiert oder da wäre ich auch gar nicht der Typ für gewesen, sowas zu machen oder gerade mal sowas für WordPress zum Beispiel und da bist du irgendwie dabei, jeden Monat mal Aufträge quasi nochmal abzusagen, weil du sagst, ich arbeite gar nicht mit WordPress, sorry, aber ich kann euch die und die empfehlen, so. Aber es ist halt einfach Arbeit und da war ich einfach schon immer jemand, der halt dann filterklar gesetzt hat, auch auf der Website und bei mir sind die Hauptfilter ist halt einmal, okay, mit was ich arbeite, also einfach was da die Anforderungen sind, wenn die Kunden auf mich zukommen und mit mir arbeiten wollen, dann müssen sie das vorher auch durchgelesen haben und dann gehe ich davon aus, dass sie das gesehen haben und dann wissen sie auch, okay, der arbeitet zum Beispiel nicht mit WordPress oder sowas und der zweite Filter ist einfach der Preis, dass er da einfach auch schon wissen, ja, es gibt auch viele, die natürlich sich das dann anschauen oder auch mal so auf YouTube das irgendwie zufällig sehen und denken, hey, das ist doch super, komm, den schreiben wir an und so, aber die haben dann keine Vorstellung davon, in welcher Kategorie sich vielleicht, welchem Level so eine Art von Design und Umsetzung eben stattfindet oder weil ich auch viel weniger Aufträge heutzutage mache, bin ich da sehr wählerisch, einfach auch, was ich mir dann aussuche und habe dann preislich einen sehr hohen Filter mittlerweile, Okay, sehr cool. Ja, das ist natürlich super, also wenn man die Filter einsetzt, das ist wahrscheinlich auch ein Erfahrungswert, das habe ich auch mit der Zeit gemacht, das finde ich generell auch immer eine gute Sache, was mich da jetzt noch speziell interessieren würde, ist die Verteilung bei dir so, dass wirklich auch viele rein wegen Webflow anfragen, weil das ist bei mir der Fall, dass halt viele wegen WordPress anfragen und sagen, wir haben entweder schon das System oder wir wollen das überarbeiten oder ist es bei dir eher so, dass die Kunden wirklich nochmal eine Ebene drüber sagen, wir wollen ein cooles Design, wir wollen das alles umsetzen und mit welchem System ist völlig egal oder sind da die Kunden offen oder haben die schon mal von Webflow gehört, weil das ist so bei WordPress, das hat irgendwie jeder, der sich ein bisschen mit Webseiten beschäftigt, schon mal gehört. Webflow mittlerweile glaube ich auch, aber das würde mich jetzt interessieren, wie es bei dir da ist, weil ich natürlich wenig anfrage, bis hin keine zu Webflow bekommen. Ja, also mittlerweile ist es schon so, dass die meisten kommen, auch weil sie mit dieser Thematik Webflow auch irgendwie was mit mir verbinden oder mich deswegen gefunden haben oder deswegen empfohlen bekommen haben. Aber die größten Aufträge, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht habe, denen war das immer völlig egal, was für ein System dahinter ist. Die hätten auch WordPress genommen. Also da geht es einfach nur darum, okay, inwieweit kann ich denen die Vorurteile schmackhaft machen und wenn die jetzt Webflow zum Beispiel gar nicht kennen und die hatten WordPress davor, ja, sind aber offen für was Neues, sie wollen einfach eh einen Relaunch der Website haben. Denen ist erstmal das System dahinter egal. Die haben mit WordPress gearbeitet zum Beispiel, ja, aber denen hat da auch vielleicht was nicht gepasst und die sind offen dafür, einfach was Neues auszuprobieren. Dann geht es schon erstmal darum, das auch aufzuzeigen. Hör mal zu, lieber Kunde, aus der Sicht von dir würde das so aussehen, wenn du jetzt mit Webflow zum Beispiel dann deine Website bearbeitest. Und da gucke ich mir schon an, okay, ist der Auftrag überhaupt so umsetzbar, wie er das möchte, wie die Anforderungen sind, wie du schon sagst, so E-Commerce-Sachen. Generell lehne ich größtenteils sowieso jetzt mittlerweile ab, weil das einfach nochmal viel aufwendiger ist wie so eine normale Website. Und weil ich da auch sehe, dass halt Webflow im Gegensatz zu Shopify einfach dann noch, selbst wenn die einen E-Commerce-Bereich haben, den habe ich selbst noch nie wirklich so stark ausprobiert und würde da trotzdem auch Shopify empfehlen, weil es einfach ein starker Fokus von Shopify ist, das genau richtig gut zu machen. Und ja, solche Sachen wiege ich dann schon ein bisschen ab, aber im Grunde genommen zeige ich einfach den Kunden einmal, wie das funktionieren könnte und dann haben die da eigentlich, sind die immer ziemlich, da gibt es nicht viel Diskussion, muss ich ehrlich sagen. Bei dir ist ja natürlich auch die Persönlichkeit, die es ausmacht. Du stehst als Person ja da, auch hinter dem Unternehmen, was ja in der Zukunft glaube, ich aus meiner Sicht ja auch das Wertvollste sein wird, was so die Unternehmen haben werden, dass ein Gesicht hinter dem Ganzen ist oder vor dem Ganzen auch ist. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass die meisten wahrscheinlich sagen, wenn du sagst, das ist Webflow, dann ist Webflow, wir vertrauen dir da, bin ich sehr cool. Siehst du zum jetzigen Zeitpunkt, also vielleicht auch gerade für jemanden, der jetzt das Interview sieht und sagt, ich möchte vielleicht mit Webdesign starten oder in die Richtung gehen, siehst du Vor- oder Nachteile, wo du sagst, das ist schon eine Sache, wo ich doppelt drüber nachdenken würde, direkt mit Webflow zu starten oder sagst du, kann man eigentlich ohne Probleme darauf losgehen und wird in der Zukunft eigentlich nur besser. Aus welcher Perspektive meinst du jetzt? Jemand einfach, der Webdesign lernen will? Genau, Webdesign lernen möchte und sagt, mit welchem System soll ich lieber mit WordPress beginnen, soll ich lieber mit Webflow beginnen? Wobei das eh so eine Frage ist, wahrscheinlich auch was einem besser zukommt, aber so, dass du sagst, gibt es, also gerade im deutschsprachigen Bereich oder auch im deutschen Bereich, wo du sagst, man könnte mit Webflow irgendwelche Probleme laufen oder ist das alles eigentlich kein Thema? Ja, also ich glaube heutzutage, wenn man sich den Markt so ein bisschen anschaut, was im Webdesign-Bereich passiert, es ist unheimlich spannend momentan die Phase und ich glaube, was immer noch enorm großen Wert bei meinen Aufträgen hat, ist schon immer noch der starke Fokus auch mit Design, den ich mitbringe. Weil das ist ein Unterscheidungsmerkmal, was ich bei ganz vielen Webdesignern da draußen eben noch nicht so stark sehe. Und du findest sehr, sehr viele Webseiten, die ähnlich aussehen oder die vielleicht nicht das gewisse Etwas haben und sowas. Und das auch ich selbst, ich schaue mir ja auch andere Sachen an und sich Inspiration zu holen und einfach das zu verbinden und in einem neuen Kundenauftrag zu vereinen und dann was Tolles für den Kunden zu bauen, ist echt nicht einfach. Und da war ich wahnsinnig froh, dass ich eigentlich so lange Zeit als Designer gearbeitet habe, weil das mir jetzt quasi zugutekommt. Ich glaube, jemand, der halt heute direkt neu als Webdesigner anfängt, kann mit ein paar Klicks sich schon eine Website erstellen für den Kunden und das auch verkaufen. Und es gibt Leute, die dann dafür bezahlen, weil sie ganz einfach da keine Lust drauf haben, sich selbst das irgendwie zusammenzusuchen und zu erstellen und zusammenzuklicken. Aber die werden sich nicht großartig unterscheiden von vielleicht der Website von dem Wettbewerber. Und das ist immer was, was ich halt meinen Kunden ziemlich stark klar machen will, dass es mir wirklich darum geht, dass ihr auf ein enorm krass anderes Level kommt wie eure Wettbewerber. Und das ist auch eine Sache, wo ich meine Kunden immer ganz gezielt danach aussuche. Also einmal klar, haben sie wirklich Bock auch mit mir zusammenzuarbeiten und ist es ein richtig spannendes Projekt und kann ich die wirklich von einem bestimmten Level richtig hoch katapultieren? Und da habe ich jetzt erst wieder einen Auftrag momentan, wo ich halt, wo der Kunde selbst schon sagt, denen ist eigentlich, also sind ein super relevanter Player auf dem Markt, in dem Feld, ja, wirklich europaweit. Aber die Website ist schon so alt, dass es denen peinlich ist, eigentlich das immer zu empfehlen oder irgendwie die Leute dahin zu schicken. Und wenn du so einen Ausgangspunkt hast, du weißt quasi, du kannst, auch wenn der Preis echt hoch ist, was den Auftrag angeht, bist du dir aber schon am Anfang sicher, dass du am Ende ein richtig gutes Ergebnis bringen kannst, das auf jeden Fall besser ist, wie das, was momentan da ist. Und das finde ich zum Beispiel, ist eben eine Sache, auf die ich immer richtig achte. Und das schweift jetzt ein bisschen ab, weil, aber trotzdem, weil ich es eben wichtig finde, was immer noch diese Unterscheidung, die man mit reinbringt, wenn man es jetzt lernen will in diesem Gebiet. Und ich weiß, dass das Jahre dauern kann. Also dieses Designhandwerk ist echt was, was länger dauert, finde ich, wie wenn du jetzt diese Umsetzung lernen willst. Und gerade wenn du jetzt aber guckst, in Hinsicht, weiß nicht, ob wir dann noch drüber sprechen, aber AI und sowas, was da alles kommen wird, sind eigentlich, glaube ich, schon mehr diese No-Code-Tools eigentlich die Zukunft. Wo du eigentlich diese Arbeit, also Programmiercode selbst zu schreiben, sehe ich in Zukunft wirklich als was, was abgelöst werden kann. Es sei denn, du bist derjenige, der diese AI erst programmieren muss. Und genauso so ein komplexes Plattformsystem wie Facebook oder irgendwelche Sachen, die hier richtig krass komplex und Logik dahinter haben, ist enorm schwierig, ohne jemand, Programmierer, der wirklich, sag ich mal, sich da reindenkt und Funktionen programmiert. Aber alles, was visuelle Umsetzung angeht, sehe ich als eigentlich wirklich heutzutage notwendig, sich ein Tool zu suchen, was im Prinzip das im Hintergrund für dich macht. Weil es einfach dich, der nimmt dir so viel Arbeit ab, ja, und macht keine Fehler quasi da rein in den Code. Und da bin ich halt ein Freund davon genauso, jetzt nicht nur, wenn du die Website umsetzt. Ich meine, du machst das ja mit Elemento auch. Du schreibst ja im Prinzip den Code dann nicht selber, ja. Und du hast einfach einen visuellen Bilder quasi, den du bedienst. Und das vereinfacht vieles, aber genauso halt, wenn du auch solche Sachen, ich weiß nicht, No-Code-Tools, die gibt es jede Menge heutzutage, auch wenn du jetzt irgendwie Automatisierung programmieren willst, ja. Also wenn du ein Formular irgendwie auf deiner Website machst, trägst du was ein, schickst es ab, dann, was soll danach passieren, ja, soll eine, das Formular soll einmal zum Kunden, dann soll es gleich wieder ins CMS und wieder veröffentlicht werden und so weiter. Das sind auch Sachen, die könnte ich, hätte ich vor fünf Jahren niemals umsetzen können. Da hätte ich immer einen Programmierer angeschrieben, der mir hilft. Und das kannst du heute auch mit Make oder, ja, mit irgendwelchen Tools quasi machen und das sind auch sozusagen No-Code-Tools, also in dem Bereich einfach, wo es dahin geht, dass du einem Prinzip nachdenkst, was brauche ich, was ist die Aufgabe, die Anforderung und dann kannst du einfach ein Tool benutzen, das für dich im Prinzip im Hintergrund die komplizierten Sachen erledigt. Und, ja, man muss beim Webdesign, weiß nicht, wenn Tools, gibt es so viele heutzutage, die wahrscheinlich zum Ziel führen können und dann schaut man einfach so ein bisschen, was einem vielleicht gut gefällt, was auch gerade, ich würde immer gucken, ist die Community groß? Das ist super wichtig, dass du da auch wirklich gute Leute findest, die dir mal helfen oder wo es einfach schon viel Material gibt und so weiter. Und das habe ich halt damals bei Webflow als sehr gut empfunden, dass auch die Community da richtig gut war. Also das ist super spannend und da sind wir auch gleich in dein Thema oder bist du gleich in dein Thema übergegangen, was ich so oder so ein bisschen noch ansprechen wollte, weil das einfach so brandaktuell ist und ich habe gesehen, du hast ja auch ein Video gemacht zu der Webflow AI und bei Elementor gibt es das Gleiche, auch wenn die natürlich alle irgendwie mit der OpenAI zusammenhängen und ChatGPT und was die Leute nicht kennen. Also Prompt Engineering wird ja oft erwähnt, dass das jetzt schon ein Beruf in den USA ist, der gesucht wird von größeren Firmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus meiner WordPress-Sicht, deswegen habe ich auch immer parallel mir Webflow angeschaut, weil ich bin natürlich total festgefahren in meinen Systemen und so weiter und so fort, aber ich habe da teilweise sogar das Gefühl, wenn du heute einsteigst bei WordPress und auch bei Elementor, auch wenn das eine riesen Community ist und ich glaube fast sechs Millionen Leute mittlerweile installiert haben und da sicher auch viele aktiv sind, macht es es teilweise auch, muss ich ehrlich sagen, komplizierter. Also der Weg, wenn du dir vorstellst, also gerade im Vergleich und das ist das, was vielleicht in einem nächsten Video von uns mal stattfinden wird oder so, dass wir ein bisschen so einen Vergleich bei ein paar Funktionen machen. Das, was ich stark gemerkt habe, wenn du gerade so eine Animation etc. bauen möchtest, kannst du natürlich irgendeine AI zur Hand ziehen. Nur um das zu integrieren in Elementor, dass die Spur begrenzt ist, das ist halt bei Webflow viel offener. Da baust du einfach im Endeffekt deine eigene JS-Library und sagst, okay, das sind meine Animationen und die nutze ich und fertig. Und da ist dann dieser große Knackpunkt unter Anführungszeichen, der oft bei diesen Page-Bildern sich auslöst, plus, dass einfach auch diese Backend-Anwendung, die man selber als Designer dann hat, total mühsam ist teilweise. Also das sind die, teilweise sind komische, also bei Elementor, da gibt es zum Beispiel so eine Eigenheit, wenn du irgendwie mobil dann die Versionen anpassen möchtest und irgendwie die Pixel einstellen möchtest von irgendwelchen Schriftarten, dann hüpft der teilweise herum und ist dann wieder auf einem Pixel, dann musst du es wieder zurückstellen und dann musst du dir eigentlich alles irgendwie, also ich mache das oftmals, dass ich in Notion mir einfach ganz klare vorgefertigte Dinge schon installiert habe oder das Erste, was ich mache, irgendwie einen Style-Guide-Aufbau in dem System und das dann einfach immer transferiere, was eigentlich keine wunderschöne Lösung ist. Bei Webflow ist das ja super gelöst mit, du machst dir deine Tiefblöcke oder auch deine Klassen, die tippst du dort ein und die kannst du dann immer wieder verwenden nach mehreren Projekten. Das sind zum Beispiel so die Unterschiede, die mir halt aufgefallen sind, wenn man eben auch so ein bisschen eine Code-Ahnung hat oder eine Ahnung hat von dem, was im Code passieren sollte oder im Source-Code an sich. Und Künstliche Intelligenz, also da bin ich ganz bei dir von der Einschätzung her glaube ich auch, also ein, zwei Jahre und dann wird vieles von dem, was ich jetzt auch an Programmierer vielleicht weitergegeben habe, wird kein Thema mehr sein. Also bin ich auch ganz froh, weil so kleine Funktionen, das hat mich eigentlich selber immer genervt, dass ich dafür jemand oder einen Senior-Dev irgendwie gefragt habe, der gesagt hat, ach, das ist einfach nur eine CSS-Animation, mach das einfach so und deswegen funktioniert das nicht, weil du hast da und dort einen Punkt vergessen oder wie auch immer. Und dass man jetzt das einfach proven lassen kann von einer KI und auch einsetzen kann, ist, finde ich, super spannend. Ich glaube nicht, also das wäre vielleicht auch noch spannend, weil das viele in meiner Community gefragt haben, ob nicht mit der Künstlichen Intelligenz unser Beruf nicht mehr da sein wird, aber ich glaube, viele machen dazu stark den Blick auf das Tool, das man nutzt, was ja eigentlich wenig mit Webdesign zu tun hat, so wie du es vorher schon erwähnt hast, sondern das ist ja eigentlich nur das Tool, das man dann nutzt, um das umzusetzen, was du eigentlich im Kopf und deine Erfahrung damit eingebracht hast. Und das ist, glaube ich, was viele nicht verstehen, dass WordPress nicht Webdesign ist, sondern das ist ein Tool, mit dem man das vielleicht umsetzen kann. Ob jetzt besser oder schlechter als ein anderes ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber genau, wie ist da vielleicht dein Eindruck dazu? Also das, vielleicht wirst du ja auch nicht ewig bei Webflow bleiben, vielleicht tut sich auch was anders auf, aber ich glaube, das ist genau das Wichtige bei dieser ganzen Sache im Kopf zu behalten. Ja, ja, gibt es mehrere Punkte, die ich da auf jeden Fall auf dich eingehen könnte, hoffentlich kriege ich es noch alles zusammen. Ich habe mir schon währenddessen gerade ein paar Sachen gedacht, aber also zum einen ist wirklich das, bei AI muss man sagen, diese Kreativität dahinter, das, was du eigentlich für den Kunden ja machen sollst, ja, das löst ja die AI für dich nicht. Also du setzt dich mit dem Kunden zusammen, du hörst sie an. Was hast du denn für ein Problem? Wo bist du momentan? Wo willst du hin? Diese ganzen Geschichten hört sich ja die AI nicht an. Diesen Hintergrund hat die nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal dahin kommen, aber du bist im Prinzip immer noch derjenige, der sich dann überlegt, okay, wie könnten wir diese Lösung jetzt für den Kunden bauen, damit er genau das erreicht, wo er hin will. Ja, seine Ziele erreicht. Und dann ist er halt, ich nutze die AI auch einfach nur wie einen Assistenten. Ich habe das auch so wie du wahrscheinlich, ich habe heute zum Beispiel auch etwas umgesetzt, da hatte ich ein SVG und dann wollte ich es auch, sobald man, sobald das SVG in den Tube-Port scrollt, wollte ich, dass die Linien im SVG halt animiert werden, also so gemalt werden. Weiß ich nicht, früher hätte ich mir halt wahrscheinlich ewig viele Forenbeiträge irgendwie durchgeguckt und hätte mir das irgendwie zusammengeklickt und dann ist es mit jQuery jetzt irgendwie umgesetzt und hätte trotzdem lange, glaube ich, gedauert mit vielen Problemen in der Konsole und so weiter. Da hatte ich halt einfach so ein schönes Gespräch heute Morgen mit JetGPT und habe im Prinzip mir das kronen lassen und es hat einfach super gut funktioniert. Es hat trotzdem wahrscheinlich, weiß ich nicht, es hat glaube ich so 20 Minuten gedauert oder so, bis es dann funktionsfähig war, so wie ich es wollte. Und man muss so ein bisschen wissen, wie die Dinge funktionieren. Aber was es mir halt gezeigt hat, ist, dass es viel schneller auch wieder da geht, solche Lösungen zu formen und sich sowas auch zu trauen in das Layout mit einzubinden, obwohl man davor weiß, habe ich noch nie gemacht, weiß ich eigentlich gerade gar nicht, wie das geht. Und das ist auch was, was ich halt früher auch gemerkt hatte, da habe ich viele Sachen auch, weißt du vielleicht auch, wenn du dann einen Auftrag hast und dann denkst du dir, okay, ich mag es eigentlich ganz gerne, sage ich mal so, 20, 30 Prozent Sachen zu integrieren, auch in die Umsetzung, die du vielleicht davor noch nie gemacht hast. Ja, wenn du irgendwie 100 Prozent von dem Auftrag eigentlich schon mal gemacht hast und du weißt, es sind einfach wieder Unterseiten, ist einfach nur ein Layout, super simpel, dann weißt du ziemlich, kannst du gut einschätzen, wie lange du brauchst. Wenn aber Sachen, Parameter dabei sind, die ungewiss sind, baust du irgendwie mal einen Konfigurator oder sowas, hast du davor noch nie gemacht, ist wahrscheinlich, muss ich mich erstmal, muss ich recherchieren, ist komplexer und so weiter. Und ich mag das aber bei jedem Projekt so ein bisschen was davon mit reinzubringen, damit ich auch selbst was lerne bei jedem Projekt. Und das traue ich mich jetzt viel, viel mehr. Immer solche Sachen, also ich, du kannst im Prinzip ja dir Sachen abschauen von anderen Websiten, wo du denkst, das ist überkrass alles, hätte ich keine Ahnung, wie das funktioniert, aber du könntest mit so einem Assistenten in die Nähe kommen oder in die Richtung kommen. Und das finde ich schon cool, auch gerade so Fehler in der Konsole oder sowas, die für mich einfach, keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, ich kopiere die, füge die da ein oder kopiere, füge einfach irgendeinen Code rein und frage ihn, wo ist da der Fehler? Und der findet halt in Sekunden einen Syntaxfehler oder irgendwas, eine Kleinigkeit. Und die fällt mir nicht auf. Und dafür finde ich das schon genial. Also ich freue mich eigentlich schon, dass es sowas gibt. Ich habe mich, also für mich enorm überrascht, dass das auf einmal da war. Also ich hätte gedacht, dass der Übergang dahin viel weicher ist, viel langsamer. Ja, es ist für mich wirklich von so einem, als hätten wir irgendwie so drei Jahre vorgespult, das kam ja irgendwie letztes Jahr in den letzten Jahres raus und auf einmal dachte ich, hey, das kann doch nicht sein. Also der ist doch enorm gut, auch in der Grammatik und Schreibweise und alles. Und jetzt ist es auf einmal da und jetzt muss man damit arbeiten und ich finde das spannend und ich nutze es jede Woche eigentlich. Ja. Ja, also ich glaube auch, also man muss, wie in jedem Beruf, glaube ich, einfach offen sein für die Dinge und nie, also ich meine, in Deutschland und Österreich haben wir immer dieses Thema, wenn da was Neues kommt, dann sagt doch jeder, du weißt es selber, du wirst wahrscheinlich die Frage bei Webflow, auf die ich gar nicht eingehen möchte, dieses DSGVO-Thema oder warum und warum nicht und überhaupt und Google und ja und nein, das ist halt, in Deutschland, also auch in Österreich und in der Schweiz auch, da ist jeder irgendwie so extrem übervorsichtig, was eigentlich komplett entgegen dem ist wahrscheinlich, was, also meine Internet-Mentoren, wie ich sie mal nenne, die ich mir in Amerika anschaue, was die machen, also gerade im Design-Bereich, du kennst wahrscheinlich eher auch Flux Academy, die in dem Bereich sind oder in Christo und so weiter, die auf YouTube groß sind und da über viele Themen sprechen, dann ploppen wir diese Themen gar nicht auf, ist das schlimm oder haben wir Angst vor AI oder so, sondern er sagt, hey, das ist eine coole Sache, sag Hallo zu dem Ganzen und integriere das in deinen Alltag, für 20 Dollar im Monat bei ChatGPT kannst du deinen Alltag verbessern und das finde ich eigentlich so genial, was in Österreich und Deutschland manchmal ein bisschen untergeht, da konzentriert man sich dann auf die falschen Dinge, da ist eher so, na, schauen wir mal, wie lange das noch geht mit ChatGPT, das wird sicher verboten und schauen wir mal, wie lange es mit MidJourney geht, das wird sicher Bildrechte mit sich bringen und ich denke mir so, who cares, also es ist doch einfach genial, dass man diese Möglichkeit hat und du kannst damit, wenn du dich damit nicht beschäftigst, eh nichts anfangen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so dieses Level 1, du gibst ein paar Prompts ein, da kommt wirklich auch teilweise ein Blödsinn raus und die AI weiß gar nicht, in welche Richtung du gehen möchtest, aber wenn du so ein bisschen ein Gespür dafür hast, gerade so bei Code etc., kannst du wirklich gezielt coole Sachen damit umsetzen in kürzester Zeit und ich bin auch sehr happy darüber, dass das gekommen ist, ich habe tatsächlich, weil du es vorhin angesprochen hast, dass das so schnell gekommen ist, also ich war auch verwundert, dass das auf einmal so einen Umschlag gemacht hat, weil ich habe die Open AI davor schon lange verfolgt, einfach weil ich Elon Musk und Tesla und so weiter einfach von der Brand und auch von der Idee die her schon sehr lange verfolge und das Künstliche Intelligenz hat mich auch immer und Bots haben mich sehr, sehr interessiert, aber das war halt tatsächlich von einem Jahr nicht so weit, dass ich mir gedacht hätte, dass wir zu dem heutigen Zeitpunkt, also so einfach und für so eine Masse an Leuten diesen Zugang haben und dass das auch so gut funktioniert, da war ich selber auch überrascht, aber bin auch zum Teil wirklich sehr happy. Ich weiß nicht ganz, wie das, muss ich ehrlich sagen, das ist das Einzige, was ich sagen muss, ob jetzt, wenn jetzt jeder eine AI irgendwo integriert, wie das dann ist, irgendwie habe ich das Gefühl, die binden jetzt alle die AI ein und die ist aber noch sehr unspezifisch, also wenn natürlich Elementor ihre AI einbindet und dann spezifisch auf Elementor getrimmt wird, weil man kann ja die AI dann noch füttern, das fände ich super, da bin ich dann gespannt, wie das tatsächlich funktioniert, also ich habe die Elementor ein bisschen probiert, ist so okay, ist aber auch noch im Beta-Stadium, ist aber tatsächlich mit JGPT auch besser umsetzbar, derzeit noch, also das wird man dann sehen, aber finde ich super spannend, dass wir das Thema da auch ein bisschen aufgegriffen haben, weil das die Zukunft von uns dann auch ein bisschen ausmachen wird und den Beruf auch einfach ein bisschen, ja, in irgendeiner Richtung bewegen wird, der sicher ganz, ganz gut ist. auch das, was du vorher angesprochen hast, das jetzt abseits von dem künstlichen Intelligenz-Thema ist auch ein super Learning auch für die Community, wenn sie dazuhören, dieses, dass man sich mit 20, 30 Prozent im Auftrag etwas nimmt, was man noch nicht vorher gehabt hat, dass man so aus sich hinausweckt, weil das ist das, was ich bei vielen gesehen habe, wenn du mal 10 Jahre oder 5 Jahre im Geschäft bist, da wären viele träge und setzen nichts mehr Neues um, wo ich sage, pass auf, du kannst ja, nehmen wir da ein Beispiel, 70 Prozent kalkuliert machen und dann 30 Prozent vielleicht, wo du nicht weißt, wie lange das dauert oder auch nicht und vielleicht kannst du nicht voll dem Kunden verrechnen, dafür wächst du und wirst gut bezahlt und kannst alles decken, ist doch der genialste Case, das ist am Anfang eh das Schönste, wenn man mal lernt, da kann man so viel lernen und verdient gut dabei und das wird eh immer weniger. Also das finde ich auch ein cooles, ja, ein cooles Learning, das du geteilt hast, danke dafür. Ja, vielleicht noch zu einem abseits vom künstlichen Intelligenz-Thema, was jetzt so ein bisschen vielleicht ein eingeschlafeneres Thema ist, finde ich immer, ist dieses Agentur-Thema, womit ich mit dir noch ein bisschen so sprechen wollte. Hast du, also, vielleicht machen wir es zweiphasig, hast du vor oder hattest du vor oder vielleicht auch mal kurze Zeit diesen Traum, dass du sagst, du möchtest eine riesige Agentur machen, um vielleicht auch große Kunden zu betreuen, was hältst du überhaupt von diesen Konstrukten von großen Agenturen, weil ich habe da so natürlich meine persönliche Meinung dazu, aber das würde mich super interessieren, was du davon hältst. Das heißt, dass du einerseits, ob du wachsen wolltest, ob du ein Problem damit hattest, allein zu sein und wie vielleicht auch das Leute sehen, weil das ja immer so eine Sache ist, wenn man sich, so wie bei mir als Agentur, ein bisschen brandet, dass es nicht den Grund hatte, dass ich groß werden wollte, sondern einfach einen anderen. Aber genau, wie du vielleicht zu dieser Thematik stehst, ein bisschen. Also ich hatte, es gab schon eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, so eine Agentur, ich glaube, das ist das, wo ich hinwachse. Gerade in der Zeit, wo ich auch mehr als Designer gearbeitet habe, hatte ich einfach auch so meine Partner, die halt dann auch in der Entwicklung mir geholfen haben und so. Und dann dachte ich, okay, im Prinzip ist man ja ein kleines Netzwerk und irgendwie arbeitet man mit mehreren Aufträgen zusammen, ist nicht mehr so weit ab fern von, lass uns das doch unter einem Namen machen und so weiter. Und es war auch mal kurz davor, aber das war tatsächlich auch kurz bevor das mit Webloader angefangen hat. Und dadurch habe ich dann gemerkt wieder, wie ich doch eigentlich, ich wollte nicht den Programmierer ersetzen, aber ich konnte doch wieder sehr viel eigentlich selber machen und habe einfach diesen Anreiz für mehr, für viel effizienteres Arbeiten gesehen. Und in der gleichen Zeit kam das dann auch, dass auch mein Sohn geboren wurde und da merkst du auch noch, habe ich eigentlich weniger Zeit für die Arbeit und will mehr Zeit mit Familie verbringen und so weiter. Und da spielen solche Themen bei mir, haben dann enorm eine Rolle gespielt, dass ich halt gemerkt habe, okay, eigentlich ist es mir wichtiger, den Prozess effizient jetzt zu machen, wie zu versuchen, das sage ich mal auf die, ich sage jetzt mal altmodische Art, es ist ja momentan immer noch so, dass ich ja nicht jetzt einen Auftrag habe, trotzdem mir zum Beispiel ein Designer auch hilft. Es ist nicht, damals, so kann ich das auch schon aus der Agenturzeit, da war das immer krass strikt getrennt alles. Da gab es dann die Konzepter, die haben Konzept gemacht, da hat man sich Wireframes angeschaut, da habe ich die Wireframes als Designer umgesetzt und dann ging es in die Technik rein und die haben es programmiert. Das war immer ein ganz krasser Ablauf und so hätte ich es wahrscheinlich auch nicht irgendwie aufgezogen, aber so kennt man das ja irgendwie auch in Agenturen, dass es dann halt einfach die verschiedenen Parteien gibt. Und heute habe ich ganz viele, die auch Agenturen, wo ich das auch weiß, die auch mit Webflow jetzt arbeiten, wo das halt eine Person auch alles macht. Also es ist jetzt nicht mehr so krass aufgeteilt, also ich glaube, da helfen dann so Tools, Webflow schon auch. Aber damals wäre das schon so dahin gegangen, dass man verschiedene, also von jedem Fach quasi eher jemand dabei hätte wahrscheinlich. Und ich habe das dann einfach, ja aus dem Grund glaube ich nicht gemacht, weil ich dann, muss ich ehrlich sagen, ziemlich schnell gemerkt habe, also einmal musst du dir vorstellen, du hast einen Auftrag, damals als ich Designer war, habe ich einen Auftrag bekommen und habe dann Programmierer dazu geholt und sagen wir mal ganz grob, der Auftrag hat sich im Prinzip einfach durch zwei geteilt. Der eine kriegt die Hälfte und ich habe die andere Hälfte bekommen. Dann kam Webflow und ich habe quasi, was ich sonst die Hälfte abgegeben habe, bei mir gehabt, weil ich die Umsetzung jetzt selber gemacht habe. Das heißt, ich habe auf einen Schlag innerhalb von einem Jahr gleiche Aufträge gemacht, hatte sogar wenige Arbeit, habe aber das Doppelte eigentlich verdient. Und dann ist es passiert, dass ich halt in den Jahren, also es waren dann so ein, zwei Jahre, drei Jahre, ziemlich schnell auf größere Kunden doch auch gestoßen bin. Und das hatte wahrscheinlich damit zu tun mit der Online-Präsenz, einfach mit dem Content, mit dem Produzieren und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich meine, weiß nicht, was bei dir groß ist, aber für eine Agentur ist jetzt ein Auftrag für, weiß ich nicht, eine halbe Million. Ist das groß? Oder was ist groß sozusagen, was man als Agentur, ich weiß von Jung von Matt, dass die Website-Aufträge über mehrere Millionen verarbeitet haben. Ja, aber für mich selber, also wenn ich jetzt in den letzten Jahren gucke, waren Aufträge dabei, die so gut bezahlt waren, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche es gar nicht mehr unbedingt, dieses Agentur-Ding. Ja, also ich habe wirklich, ich bei mir im inneren Kreis über Patreon gebe ich ganz viel, auch mal so tageburatig gebe ich preis, was ich einfach, an was ich arbeite und wie es im Hintergrund auch läuft und so weiter. Und da habe ich auch schon drüber geredet. Also ich habe auch schon Aufträge gehabt, kann ich offen sagen, die schon über 70.000 mir eingebracht haben für eine einzige Website. Und da habe ich alleine dran gearbeitet. Und da habe ich jetzt nicht drei Jahre dran gearbeitet, da habe ich ein paar Monate dran gearbeitet. Und das hätte ich mir nie vorgestellt. Und das gilt halt, weil mir quasi diese Fähigkeiten dann wieder gegeben wurden, diesen Prozess komplett zu kontrollieren und auch umzusetzen. Davor hätte ich das bestimmt nicht gekonnt. Da hätte ich halt dafür auch einen Programmierer mit reingeholt, bei der Preiskategorie auf jeden Fall. Habe aber dann sozusagen mit Webflow das einfach selbst machen können und ja, konnte sozusagen, ja, da wirklich sehr, sehr gut mit Leben sozusagen bisher und habe einfach das nicht mehr gesehen, dass ich jetzt, weil, weiß nicht, in der Agentur, es wäre für mich jetzt viel aufwendiger und viel mehr Arbeit. Ja, also das ist alles. Also ich finde es nicht mehr spannend, weil ich habe auch am Anfang, also wenn man irgendwie mal in diese Materie eintaucht und dann mal so in eine Agentur reinschaut, hat man immer ja das Gefühl, man muss eine große Agentur machen und es ist ja auch ein bisschen, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder vielleicht war es auch nur in meiner Bubble, ist dieses Agenturgründen ein bisschen ein Trend geworden. Ich habe zwar schon 2017 darüber gesprochen, einfach weil ich die Leute sozusagen mitgenommen habe auf meiner Journey ein bisschen auf YouTube und auch so wie du jetzt bei Patreon wahrscheinlich, etc., das ein bisschen geteilt hat, ich nur direkt auf YouTube und ich fand das auch immer super spannend, weil wie ich dann mal in Großagenturen reingeschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, also das ist wirklich, also von der Effizienz her teilweise für mich halt eine Katastrophe. Also ich möchte auch gar niemandem sagen, ob das gut oder schlecht ist und ich glaube, die meisten verwechseln ja oftmals oder die auch die Frage stellen, deswegen frage ich das immer so gern, verwechseln irgendwie dann, dass wenn man eine Großagentur hat, auch vielleicht mehr verdient. Im Normalfall ist es eigentlich so, dass dieser Kostenstrang einfach irrsinnig riesig wird und dadurch heißt es ja nicht zwangsweise, dass man selber mehr verdient, sondern im Gegenteil, du hast wahrscheinlich einfach ganz andere Probleme und ganz andere Themen, um die du dich kümmern musst, wie eben Mitarbeiterführung, wofür aus meiner Sicht viele auch nicht geschaffen sind oder auch keine Ahnung davon haben und dann schon in jungen Jahren irgendwie ein zehnköpfiges Team haben, das einfach nicht funktioniert und einfach, ja, wahrscheinlich in einem halben Jahr auch nicht mehr funktionieren wird. Also das habe ich leider oft gesehen. Deswegen finde ich immer diese Frage zwischen muss man eine Großagentur haben oder auch nicht, etc. so spannend. Es sei denn, und ich glaube, das ist das, was du wahrscheinlich auch im Kopf mal hattest, man möchte irgendwie einen riesigen Kunden an Land ziehen, sage ich jetzt mal als Beispiel Coca-Cola oder Red Bull oder irgendeinen Getränkehersteller, ich glaube, dann muss man ein riesiges Team haben. Ich glaube auch nicht, dass das dann ganz remote und vielleicht die Bootstrip funktioniert, aber ich bin auch ein super Freund davon, dass Experten zusammenkommen zu Projekten und dann wieder ihren Weg gehen sozusagen weiter oder eben, dass man den Prozess eher alleine macht und da eine Ahnung davon hat und dafür aber mehr ablehnt. Finde ich super spannend. Also danke auch fürs Teilen, auch für alle, die jetzt zuhören. Die Links unten zu Jonas' Kanälen findet ihr unten dann auch in der Beschreibung. Ja, ist eigentlich eine super spannende Unterhaltung gewesen. Also das waren eh die Themen, die ich sicher ein bisschen fragen wollte. Zukünftig auch, wie du die derzeitige Branche siehst, vielleicht eine letzte Frage da noch, siehst du irgendwie die Agentur-Freelance-Branche und Webdesign-Branche, siehst du da in ein, zwei Jahren irgendwie große Veränderungen als die künstliche Intelligenz? Glaubst du, dass sich da was tun wird? Oder wo siehst du irgendwie die größten Red Flags auch bei Agenturen und auch Webdesignern, die vielleicht noch kommen werden? Das wäre vielleicht noch spannend. Also ich glaube, dass es immer mehr ein, zwei, drei Klicklösungen geben wird, die eigentlich den meisten Kunden das liefern, was sie eigentlich brauchen. Wenn man jetzt irgendwie so ein, ich weiß, dass auch viele jetzt meinetwegen mit Squarespace arbeiten und dann im Prinzip auch mit einem Klick die Website fertig ist, du musst halt deine Texte noch einfügen und sowas und das ist alles sehr leicht und es sieht trotzdem gut aus so. Und ich glaube, dass die meisten wirklichen Kunden, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, immer noch mit gut bedient sind. Und dann ist es für mich einfach eine Website, die soll Informationen vermitteln und die sieht dann irgendwie gut aus und das ist auch okay. Und ich glaube, davon wird es sehr viel geben, was das ziemlich schnell aufbauen kann. Und deswegen glaube ich, wird das schon wichtiger sein, dass man überlegt, okay, wie kann man ein besonderes Erlebnis schaffen, dass man, das ist halt wirklich auch mal was Ungewöhnlicheres ist, was man dann baut. Nicht das, was du halt bei jeder Website siehst, du dir heute angeguckt hast. Und ich weiß, dass viele auch sagen, wenn man jetzt auf Awards zum Beispiel mal schaut und guckt, wer ist wie die Website des Monats oder sowas, da denkt man, ja, das sind ja so kreative Geschichten, das braucht doch eh keiner oder die Performance-Zahlen bei Google PageSpeed sind doch eh so schlecht und sowas. Und das ist auch alles wahr und für die meisten Kunden wäre das auch wahrscheinlich nichts, wenn du nicht gerade irgendwie ein Festival für, keine Ahnung, Typografie oder sowas machst, dann kannst du so eine kreative Seite irgendwie raushauen. Aber da sind wahnsinnig viele Sachen dabei, wo man halt schauen muss, okay, das ist, da sind besondere Sachen dabei und für mich geht es oft darum, das dann zu finden, wo so ein Mittelweg ist und dass man das so ein bisschen kombinieren kann, auch für den Kunden passend. Ja, dass es trotzdem noch eine geile UX ist, dass man es einfach gut bedienen kann, aber dass du halt merkst, es ist hier etwas, was ich für diesen Bereich nicht so oft sehe und dass man sich da auch was traut und was Kreatives mit reinbringt. Und das sehe ich als immer noch so, dass es schwieriger wird, einfach sowas zu ersetzen durch diese One-Click-Lösung, weil im Prinzip ganz viel, was du heutzutage halt als Templates wahrscheinlich findest oder kaufst oder sowas, sind ja schon irgendwo auch ähnlich, ja. Oder du hast immer eine Bühne oben, ist immer ein Bild rechts und links Text und so. Es ist ganz, ganz viel ähnlich und dass man quasi dieses, das versucht zu brechen und das halt auch gut macht, ja. Also vom Design her wirklich schön dann trotzdem bleibt, das sehe ich halt als was, was immer noch auch bleibt in den nächsten Jahren, wo man halt schauen muss, dass man sich in diesen Fähigkeiten einfach weiter entwickelt, dass man dieses Storytelling mit reinbringen kann, dass gerade mit Animationen, da rede ich nicht davon, alle Elemente, die es auf der West Side gibt, irgendwie zu bewegen, sondern es muss wirklich, man muss ein Gefühl dafür entwickeln und da muss man sich gute Beispiele eben anschauen und gucken, warum sind die gut, was machen die, was für ein Easing benutzen die und dass man sich da einfach viel auch anschaut bei Leuten, auch YouTube-Videos und so weiter, um das einfach zu lernen. Ja, und ich denke mal, ja, momentan ist es, glaube ich, ein richtig spannender Zeitpunkt. Ich glaube, was so in den nächsten Jahren passiert, da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf und gerade wie schnell auch diese AI zum Beispiel solche Dinge, ja, umsetzen könnte. Momentan ist es noch ziemlich schlecht, was jetzt eine komplette Website angeht, aber für so kleine Parts super gut, aber eine komplette Website sehe ich da auch jetzt gerade noch nicht so, aber dadurch, dass sich so krasse Sprünge machen, sage ich jetzt, kommentiere ich das auch nicht weiter sozusagen, sondern bin einfach gespannt, okay, wann das irgendwann kommt, das wird irgendwann kommen, aber ja, diese Kreativität dahinter, die bleibt immer noch bei uns, also das ist halt einfach was. Ja, sehe ich, also danke für die Worte, das hat es auf den Punkt gebracht, wie ich es nicht besser sagen könnte. Finde ich nämlich auch, also die, ich glaube, die meisten haben diesen Blick wahrscheinlich auch noch nicht, wenn man so lange in diesem Geschäft ist oder auch, auch so weit ist wie du, also von meiner Seite aus bedacht, muss ich auch ehrlich sagen, starre ich immer wieder auf deine Designs und das ist eine große Inspiration für mich auch, weil ich da diesen kurzen, also bei mir, also mein gutes eigene Design findet man immer nicht so schön wahrscheinlich wie andere, aber genau da habe ich oft auch das Gefühl, da geht noch mehr, also dieses Gefühl habe ich glaube ich immer oder sollte man auch das als Designer haben und ich glaube auch, das wird ein ewiger Weg sein, bis ins Alter hinein. und ja, also das ist auch meine Erfahrung, dass die KI oder irgendeine KI, kann man sich aussuchen, was es auch immer ist, es noch nicht geschafft hat, annähernd mir ein Ergebnis zu liefern. Also auch mit Journey, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man da wirklich die Prompt sehr genau trifft, sind das, schaut das auf einem YouTube-Video oftmals, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe viele YouTube-Videos gesehen von mit Journey, schaut das ganz cool aus, wenn du irgendwie eingibst, halt für irgendeine Sneaker-Brand oder so, aber dieses Design an sich ist eigentlich nicht stimmig. Also du merkst, dass die Künstliche Intelligenz da vieles zusammenwirft, was eigentlich nicht überdacht ist und ich glaube, das ist ja das, was du auch ein bisschen angesprochen hast, diese Denkweise von dir und dass man so ein bisschen auch ja die Art Direction und diese ganzen Themen, die ja bei Design mitspielen, im Hinterkopf hat, um das dann auch umzusetzen. Ich glaube, das wird man auch noch in fünf Jahren den Unterschied sehen, auch wenn jemand mit einer KI sehr gut umgehen kann, aber wenn er das dann halt irgendwie so umsetzt, wie der das dem sagt, glaube ich auch, dass die Ergebnisse trotzdem noch unterschiedlich sein werden. Das bin ich auch der Meinung. Aber ja, spannend ist es allemal. Aber ist, glaube ich, ein wunderschöner Abschluss, um da einen Punkt dran zu setzen, weil ich glaube, das ist auch für einige, die vielleicht ein bisschen am Anfang sind und auch ein bisschen fortgeschritten einfach schön mal zu hören und zu sehen, wie zwei mit zwei verschiedenen Systemen und auch Ansatzweisen ein bisschen da arbeiten und ja, finde ich sehr cool. Ich kann eigentlich nur sagen, danke vielmals, dass du da warst. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht und auch, dass du meiner Community da dieses Interview geliefert hast. Ja, und ich hoffe vielleicht, dass wir das hin und wieder mal wiederholen können. Hoffe ich auch. Hat mir super Spaß gemacht. Ging echt schnell rum die Zeit, also wir können durchaus gerne noch weiterquatschen. Aber lass uns mal nächstes Mal gerne noch mal über WordPress Webflow so ein bisschen näher im Vergleich noch mal gucken und dass wir das mal noch mal den Leuten präsentieren oder einfach mal zeigen. Glaub ich, wäre gut, genau dort ein bisschen genau hin zu betrachten und eben, dass man dann so ein paar Themen sich vielleicht dann auch für das Gespräch vornimmt und dann immer den Leuten das in einer gewissen Länge macht. Ja, dann danke vielmals, dass du da warst. Für alle auch, die zugesehen haben, die ganzen Links von Jonas findet ihr unterhalb zum Kurs und Patreon, alles was er erwähnt hat. Genau, und wenn ihr Fragen an ihn habt, könnt ihr es unter dem Video schreiben, wie gewohnt, oder der Plattform, wo dann das Video läuft. Genau, dann danke vielmals, Jonas, und dass du da warst. So, danke. Ciao. Danke dir. Ciao. Bis zum nächsten Mal!